Sag mal, wie schwer ist eigentlich dein Freund? Um die 190. 190? Oh, da wird's mir ja ganz wuschig. Dass jemand seine Berufung erfüllt, das finde ich wichtig. Verstehst du? Damit ist nicht zu spaßen, da hängt eine ganze Menge dran. Die ganze Schicksalskiste und so. Deine Berufung ist Sumo-Alter, das habe ich heute Nacht geschnallt. Zu alt, zu hoher Mittelpunkt, zu krumme Beine, schlechte Haltung, schlechtes Kahn. Ich sterbe! Sterben ist verboten. Sag mir, dass du kämpfst. Ich kämpfe. Ach, das ist ja gruselig. Sag mal, wegen sowas verlässt du mich? Samurai oder Reisbar? Schau mich an. Halt der Halle! Willst du wirklich zum Atmen, zum Schlafen, zum Denken, zum Leben? Hast du die Seele eines Kriegers? Eine Samurai! Hat er! Sumo-Bruno! Like no one's love you Come rain or come shine Leg dich niemals mit ihm an, der Liebeskommart. Halt die euch! High mountaineer! Die! Weißt du, was ich mir gerade vorstelle? Wie das mit euch beiden beim Sex ist. Ja? Ich auch. Halt die Schüggen chocolate. Vielen Dank.